So. Okay, Harry. So, Harry. Ah, schön. Oh, das hat doch super geklappt. Ja, Schlange. Sollte ich da vielleicht doch ihn holen? So, jetzt komm hier rüber. So, schön. So, los. Puzzle, Mensch. Du hast es doch auch drauf. Hallo? Weißt du, er könnte mir halt auch einfach helfen. So. Na, ist hier irgendwo an der Wand was? Hier bei dem Wappen ist bestimmt... Ja. Wüsste ich doch. Oh, schön, wacher Zauberer. So mag ich das. Das Wappen soll sich mal noch für mich entleeren. So, baut euch mal zusammen hier. Ihr Teilchen. Ach, das ist so ein Sprung, Dings. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, da kommt nichts mehr. Ja, blauer. Kommt vielleicht erst noch. So. Punkte. Ja, ich weiß, ich bin verrückt, dass ich da nochmal runtergehe. Aber ich möchte meine Punkte. Ich liebe meine Punkte. Äh. Ach, so. Geht doch. So. Ich bin mit Glitzer-Regenbogen-Woldi. Ich baue das mal zusammen. Ähm. Was ist das? Ah, hier. Jetzt? Oh. Das hätte ich so jetzt gar nicht bemerkt. So, ähm. Los. Ah, so. Okay. Okay. Das dreht sich ja so nach hier hin. Und das dreht sich nach da. Okay. Und jetzt kann ich dann da durch. Aber... Nein! Pfuh. Ich will doch erst noch... Arakok! Schnell, lauf, Arakok! Tja, und so hat Harry... Äh, hat Dings eigentlich seinen Dings verloren. Zerenz-Zauberstab. Zerenz zum Zaubern. Ach Gott, wir müssen jetzt in den Wald. Ja. Ja. Schön, schön, schön. Hm. Hauswappen. Und wahrer Zauberer haben wir natürlich dieses Mal geschafft. Zerenz-Zauberstab. Yay. So. Stats insgesamt. Wow, ist schon langsam richtig schön viel. Finde ich gut. Dann. Goldene Steine. Geschichte fortsetzen, würde ich mal sagen. Na? Schloss Hogwarts und da sind die ganzen komischen Spinnen. Wir müssen ja diesen komischen Spinnen folgen. Das kennt man ja aus dem Film und Buch. Eklig. So. Lauf mal schneller. Das sind die ganzen Spinnen. Das ist echt ekelig. Ekelhaftig. Was ist das eigentlich für ein Zaubertrank? Hey, komm. Ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt mal in Herr Biene. Jojo. Ist doch lustig. Haha. Wohl, wir sind jetzt Herr Biene. Wir sind doch immer Herr Biene. Schabernack. Äh, darüber, ja? Ne. Ja, passt. So. Es ist irgendwie cool, wenn die ganzen Kessel jetzt hier immer rumstehen und so. Haha, so viele Spinnen. Ekelhaft. Oh, hier haben wir was noch nicht gemacht. Hallo Hagrid. Na, wie ist die Lage? So, eben. Weg. Oh, was ist das? Der Wolke. Was ist da jetzt gewachsen? Hier. Das macht Spaß. Los. Yay. Jetzt wächst da was. Und jetzt mach ich's wieder kaputt. Und krieg dafür ganz viele Punkte. Kann ich hier noch was machen? Ne. Na schön, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Na, los. Das sind die alten Kekse da auch. Oh, er ist ganz aufgeregt, ha? Hey, fang. Ja, Ron. Der Won-Won. Erstmal noch ein bisschen Kakao schlürfen. Lucius. Die zwei, ey. Ich lieb den Lego-Humor. Wenn jemand Probleme hat, dann muss man einfach nur den Spinnen folgen. Sagt jetzt der Hagrid der Werte. Schön. Folge den Spinnen. Ja, ja. Oh, nein. Puh. Weg. 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 Geh weg. Komm. Tod. Oh, die hab ich schon ganz vergessen. Ich mag diese Viecher nicht. Die erinnert mich ein bisschen an diese Dinger bei Alice Madness Returns. Da gibt's doch auch so komische Dinge. Diese Wespen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Oh, da hab ich auch mal wieder richtig Lust, weiterzuspielen. Sobald ich dieses Let's Play fertig hab, muss ich mich wirklich mal obskure und Alice Madness Returns wittern. Krieg ich echt richtig Lust dazu, das wieder zu spielen. Das macht auch einfach richtig Spaß. Vor allem jetzt kann ich auch... hoffentlich schon langsam besser mit dem Controller umgehen. Das war ja am Anfang richtig katastrophal. Falls ihr meine Alice Madness Returns Let's Play geguckt habt. Wenn nicht, dann holt es doch nach, was weiß ich. Also ich... Ich verspür da immer ein bisschen Fremdschämen, so ein bisschen, wenn ich alte Sachen von mir angucke. Oh mein Gott, die ganzen vier Punkte. Fang, kannst du hier irgendwo buddeln? Los, fang! Mein Gott, ich möchte das. Ich möchte diese Punkte. Oh, du kannst da drauf. Ah, ja, so geht das. Schön. Das ist die ganze Punkte. Locker hätte ich meinen... Würde ich meinen Zauberer so oder so nicht schaffen, wenn ich das hier nicht jetzt machen würde. So. Jetzt hab ich das. Ach, ich brauch die jetzt... Das jetzt eh nochmal. Damit ich da hochkomme. So, los. Ja. Schön. Hier war ich doch schon mal. Oder schaut einfach nur so ähnlich aus. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Yay, lauter Punkte. Ach, schön. So, was bist du? Eine Wolke. Schön. Schnell. Na, kann ich mit dir nochmal? Ähm. Los. Ich kann mit der Wolke, glaube ich, noch mehr Blumen irgendwie rausholen. Hallo, Wolke? Na ja, gut dann. Anscheinend nicht. Was muss ich da denn jetzt machen? Da falle ich locker gleich runter. Ich hab keine Ahnung. So. Ach, da sind wieder die Spritzblumen da. So. Ah, da muss Fang was machen. Das muss ich nur Fang gleich hier hochkriegen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Hier sind die Mushrooms. Ich mach jetzt auch irgendwie noch weg. So. So, hier. Geh mal weg. Okay. Blumen. Oh, das. Schön. Ich überlege immer noch, wie ich jetzt... ...zwei hier hochkriege. Ähm. Komisch. Ich hab keine Ahnung. Los. Los. Ah, ja. Da hoch. Okay. Was ist das denn niedliche? Ach, ist ja süß. So, jetzt könnt ihr aber hier hoch, oder? So, schön.